rockart power grid für yield 2 tank crew also allgemein für die steuerung der panzer es ist recht übersichtlich so viele befehle gibt es für die panzer moment nicht falls welche dazukommen sollten dann wird das grid von mir halt weiterhin gepflegt also die fehle werden dann in das neue also das grid aufgenommen und dann halt eine neue version veröffentlicht wir haben motor an aus luke auf zu turmdrehung an aus also verriegelung des turms besatzung wechseln munition wechseln distanz geringer distanz größer vorhalten links vorhalten rechts jetzt muss man dazu sagen bei distanz größer und geringer da merkt man dann halt schon dass da so ein mini sekunden versatz drin ist wenn die informationen vom grid gesendet werden also es läuft über die tastatur eigentlich besser aber ich hab's trotzdem mal drin ladet euch runter habt spaß damit bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal